continental ist einer der wenigen auto bezogenen werte die jetzt hier ein upgrade bekommen haben continental hat ein upgrade bekommen von barclays und zwar geht es hier von equal weight auf overweight und damit eine kaufempfehlung eine kaufempfehlung für continental da haben wir in der letzten zeit häufiger drauf geschaut weil es ja auch immer noch darum geht dass ihr teilbereiche eventuell abgespalten werden damit noch mal ein bisschen geld in die kasse fließt man wieder die möglichkeit hat sich mehr aufs kerngeschäft zu konzentrieren alles dinge die mir im moment sowieso schon ganz gut gefallen bei continental jetzt kommt das upgrade von barclays dazu man erhöht das kursziel von 70 euro auf 90 euro ja also charttechnisch gibt es hier wirklich nichts zu meckern momentan wir haben hier den ersten dynamischen anstieg haben dann hier eine konsolidierung aufgebaut haben hier den nächsten dynamischen anstieg haben hier eine konsolidierung aufgebaut und jetzt schaut ihr bitte noch mal aufs volumen wir haben hier zwei sehr starke volumenbalken die sind in dieser aufwärtsbewegung zu finden und dann sehen wir in dieser konsolidierung dass wir hier mit dem volumen rückläufig gewesen sind unter niedrigem volumen konsolidiert haben jetzt kommt der ausbruch zur oberseite gefällt mir wirklich gut kann ich nicht anders sagen nächste logische kursziel für die aktie von conti ist hier oben der bereich 74 euro das ist jetzt erstmal nicht so richtig viel und nicht so richtig dynamisch aber müssen wir halt auch ganz klar sehen wenn wir diesen ausbruch jetzt hier handeln auf der oberseite dann haben wir natürlich auch nur ein risiko wenn man aggressiven trade aufbaut hier von etwas über zwei euro jetzt haben wir ein risiko von etwas über zwei euro und können auf der oberseite bis zum ziel ungefähr vier euro verdienen ist ein chance risiko verhältnis 2 zu 1 also da gibt es durchaus schlechtere trading möglichkeiten wenn was uns langfristig anschauen auf drei jahres basis dann sehen wir hier nämlich die nächsten kursziele die liegen dann auch noch mal etwas höher da kommen wir hier bis in den bereich 80 euro und dann sieht die ganze geschichte natürlich schon wieder ganz anders aus und dann hat man jetzt durchaus die möglichkeit zu sagen okay ich nehme eine position ich nehme einen engen stop ich sichere das ganze einmal ab auf der unterseite habe ein kursziel 2 zu 1 für die erste hälfte des trades nehmen da die erste hälfte mit sie das risiko raus geben stop break even und versucht den rest laufen zu lassen in richtung 80 euro und siehe da auf einmal kann man deutlich mehr verdienen als man ursprünglich gedacht hat und das was mich auch so ein bisschen dazu bewogen hat diese haltung einzunehmen ist das hier auf der unterseite nämlich dieser fehl break out der hier auf der unterseite gelaufen ist und der ist sehr dynamisch konter kariert worden hier kommen sehr schnell die käufer wieder zurück und treiben das ganze jetzt die vierte woche in folge nach oben und das ist ein gutes zeichen für mich dass die aktie auch wirklich die kraft hat hier bis zum bereich 80 euro zu laufen das gefällt mir alles recht gut die letzte trendlinie die wir hier drin haben das ist diese und da hängen wir gerade dran das heißt dieser ausbruch über 70 euro das ist ein ausbruch über ein cluster widerstand der wird oft durch kräftige käufe dann eben gefolgt und dementsprechend sieht das recht positiv aus hier für konti da kann ich mich barclays nur anschließen und kann sagen die kauf empfehlung die kommt hier wahrscheinlich zurecht aus